Musik 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Und am Ende natürlich auch klar die Meisterschaft feiern wollen. Und Tor durch Laura Stammer zum 0 zu 2. Ballgewinn für Schirin. Musik Pfosten. Applaus Der Wurf ging am Tor vorbei. Es bleibt beim 0 zu 2. Und schönes Anspiel an den Kreis mit dem Tor für Julia Grünwald zum 0 zu 3. Applaus 7 Meter für Bezugesdroh. Und gehalten von Susi Grün. Und es bleibt beim 0 zu 3. Und der Wurf von Ann-Christine Herring am Pfosten. 0 zu 3. Und der Wurf von Ann-Christine Herring. Jedoch landet der Ball nicht im Tor. Auf der anderen Seite machen sie es besser mit Julia Grünwald zum 0 zu 4. Und gelbe Karte gegen Ann-Christine Herring. Und gelbe Karte gegen Ann-Christine Herring. Es bleibt beim 0 zu 4. Schirin im Ballbesitz. Und der Wurf von Antje Thormann am Tor vorbei. Knapp sieben Minuten gespielt bisher. Knapp sieben Minuten gespielt. Knapp sieben Minuten gespielt. Knapp sieben Minuten gespielt. Knapp sieben Minuten gespielt. Und Tor durch Ann-Christine Herring zum 0 zu 5. Und jetzt das Team Time Out durch Bezugesdroh. Knapp sieben Minuten gespielt. Knapp sieben Minuten gespielt. Knapp sieben Minuten gespielt. Knapp sieben Minuten gespielt. Das ist schwierig! Meine! 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 Kann bitte! Aber egal, ich bin auch um den Tag, ne? Ja, das war. Hula! 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 Und es gibt 9 Meter für Bützel Gustro. Und schöner Wurf von Carolin Kröming zum Anschlusstreffer. 1 zu 5! Und erneut das Anspiel an den Kreis. Schwerin bleibt im Ballwürfelsitz. Schwerin bleibt im Ballwürfelsitz. Schwerin bleibt im Ballwürfelsitz. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ballgewinn für Schwerin und der Konter von Jana Durchhauer zum Erfolg und 1 zu 7 für Grün-Weiß 2. Schön gehalten von Susanne Grimm und Laura Stammer mit dem 1 zu 8 und eine Verwarnung für Julia Kretschmer. Erneuter Ballgewinn für Grün-Weiß und an Christine Ehring mit dem 1 zu 9. 1 zu 10 in der 12. Minute. Es gibt Ecke für Bezug Öztro. Und Tor durch die Nummer 10. Und dann über die Nummer 10. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Und erneut an Christine Hering zum 2 zu 11. Da wird Stürmer auf Auge gefiffen. Wurfversuch von Laura Stammer, es bleibt beim 2 zu 11. Wurfversuch durch Celina Bollo, es bleibt beim 2 zu 11 knapp 15 Minuten gespielt. Das ist schon die Kondition jetzt. Das machte schon die Mehrheit. Ach, dann lass uns die 1 zu 1. Ach, dann lass uns und dann wieder durch. Ach, dann lass uns und dann wieder durch. Ruf, ruf, ruf! Habauf! Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 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 Und Tor für Cindy Palme zum 4 zu 13 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 und im Auftrag des ZDF, 2020 Der Konter wird von Celina Bollo unterbunden Es gibt Einwurf für Grün-Weiß Beim Stand von 4 zu 13 knapp 20 Minuten gespielt Wir sind im Auftrag des ZDF, 2020 Wurversuch von Julia Grünwald am Tor vorbei, es bleibt beim 4 zu 13 Ballgewinn von Schwerin und Tor zum 4 zu 14 durch Julia Grünwald und Tor durch Anna Herbst zum 5 zu 14 Außerdem gibt es noch gegen Katrin Heger eine Verwarnung und Tor für die ZDF, 2020 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 Und es gibt eine gelbe Karte gegen den Trainer Beifall bei der CDU und dem BÜNDNIS 90. Direkt zurück! Es steht schon im Kreis. Alle 3! Ehe! Ehe, Ehe! Ehe, Ehe, Ehe! Das ist auch mal eine gelbe Karte. Stürmervorgepfiffen und im Gegenzug der Konter und Julia Grünwald mit ihrem fünften Treffer zu 15. Die Konter und Julia Grünwald zum 5 zu 16. Die Konter und Julia Grünwald zum 5 zu 16. Die Konter und Julia Grünwald zum 5 zu 16. Die Konter und Julia Grünwald zum 5 zu 17. Die Konter und Julia Grünwald zum 5 zu 16. Die Konter und Julia Grünwald zum 5 zu 16. Und Tor für Paulina Holz zum 5 zu 19. Die Konter und Julia Grünwald zum 5 zu 16. Und die Konter und Julia Grünwald zum 5 zu 16. Und die Konter und Julia Grünwald zum 5 zu 16. Und erneut der Konter von Schwerin. Und erneut der Konter und Julia Grünwald zum 5 zu 16. Und erneut der Konter und Julia Grünwald zum 5 zu 16. Und erneut der Konter und Julia Grünwald zum 5 zu 16. Und erneut der Konter und Julia Grünwald zum 5 zu 16. Und erneut der Konter und Julia Grünwald zum 5 zu 16. Und erneut der Konter und Julia Grünwald zum 5 zu 16. Und erneut der Konter und Julia Grünwald zum 5 zu 16. Wir in Tredi, Tor zielt und neue Angriff. Und erneut Konter für Grümaschwerin. Durch Annika Bleg zum 5 zu 21. Und damit ist die erste Halbzeit hier im Spiel zwischen der Spielgemeinschaft Bützo-Güstrow und dem SV Grümaschwerin 2 zu Ende. Es steht 5 zu 21. Die Sekunden werden aber am Ende abgezogen. Und wir melden uns zurück zur zweiten Halbzeit im Spiel zwischen der Spielgemeinschaft Bützo-Güstrow und dem SV Grün-Weiß 2 in der MV Liga im Spiel um die Meisterschaft. Denn wenn Schwerin hier gewinnt oder unentschieden spielt, dann sind sie definitiv Meister. Es steht 5 zu 21. Verwarnung gegen Celina Bollo. Vor uns waren zwei Kühlpätzchen, Sprich, Prügelmüll, Klasse und der Backe. Und der Backe. Und der Backe. Und der hat ihn jetzt verfügt. Und der hat ihn jetzt verfügt. Und der hat ihn jetzt verfügt. Die Bank ist verfügt. Und das Bier aber auch. Holz verarbeitet ist. Und der hat ihn. Jetzt die auch. Die Abbelastung der Lagen. Die Landung der Koffe. Und die Anzahl der Koffe. Sie haben Angst, dass wir hier verkügt. Und das sind vier Vertriebe, ja. Und es geht weiter, Aufhören an Christine Hering, zum 7 Meter jetzt. Julia Grünwald, der ging jedoch weit am Tor vorbei, es bleibt beim 5 zu 21. Und Tor durch Karolin Kröming zum 6 zu 21. Musik Musik Erneut 7 Meter für Grünwald Schwerin. An der Wand ist noch mehr Platz. Antreten wird Jana Durchhauer und auch sie scheitert. Zwei Minuten Strafe gegen Jana Durchhauer. Zwei Minuten Strafe gegen Jana Durchhauer. Zeitspiel angezeigt. Es bleibt beim 6 zu 21. Zwei Minuten Strafe gegen Jana Durchhauer. Zwei Minuten Strafe gegen Jana Durchhauer. Ballgewinn für Bütze Güström. Alleine. Und Tor durch Sophie Massaman zum 7 zu 21. Zwei Minuten Strafe gegen Jana Durchhauer. 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 Konter für Schwerin. Und Julia Grünwald erhöht auf 7 zu 22. Zwei Minuten Strafe gegen Jana Durchhauer. 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 Ja! Gut der Land! Jawohl! Lass mich mal. Ja! Komm Sonne! Warum einstein? Richtig! Bisschen! Bisschen kreis! Erneut Konter für Schwerin, durch Julia Grünwald zum 7 zu 23. Prüß! Was ist das? Tumor für den SV Grünweich für den 7 zu 24. Rundtor durch Karol in Grünwein zum 8 zu 24. Katrin Hilger an den Pfosten. Es bleibt beim 8 zu 24 knapp neun Minuten gespielt. Klappern 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 Halt, weiter! 2! 2! 2! 3! 3! 3! 3! 4! 7! 9! 5! 8! 1! 1! 1! 1! 1! 1! 7-Meter-Entscheidung für die SG Bezogestro. Und Tor zum 9 zu 24 für die SG Bezogestro. 1! 2! 1! 1! 2! 1! 3! 3! 1! 2! Ja! Das war's für heute! Das war's für heute! Das war's für heute! Und Tor durch Julia Grünwald zum 9 zu 25. an sich. Schöne Sie, herrschatten Sie! Jetzt haben wir noch im Trinely Juh, Drei zum Vater und drei zum Rüsten. Es bleibt beim 9 zu 25. Und sieben Meter Entscheidung. Antreten wird Celina Bollo. Und sie scheitert an Andrea Knau. Es bleibt beim 9 zu 25. Schade. Konter. Wird durch gutes Rückzugsverhalten von Grün-Weiß unterbunden. Schade. 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 WDR 2021 2, 3, 3, 4, 1, 1, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 1. Und Saskia Ader mit dem 9 zu 26. Zwei Minuten Strafe gegen Lisa Sperling. Lee-Zee, 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 Lee-Zee! Das war eine Rollbattle. Und das Tor zählt nicht. Es bleibt beim 9 zu 26. Spannende Musik Musik Und schön gehalten durch Andrea Klaasen, es bleibt beim 9 zu 26 knapp 18 Minuten gespielt. Untertitelung des ZDF, 2020 Und schönes Tor durch Antje Thormann zum 9 zu 27. Jawohl, richtige Antwort! Tor für Bütze Güstrow zum 10 zu 27. Durch die Nummer 20, Nancy Schub. Und Tor durch Karin Kröming zum 11 zu 27. Und im Tor von Schwerin, Andrea Klaasen. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Und es geht weiter. Knapp 20 Minuten gespielt in der zweiten Halbzeit. 11 zu 27. Grün-Weiß Schwerin 2. Ist auf dem besten Wege, hier heute die Meisterschaft klar zu machen. Knapp 20 Minuten gespielt in der zweiten Halbzeit. Auszeit genommen durch die SG Bütze Güstrow. Knapp 20 Minuten gespielt in der zweiten Halbzeit. Knapp 20 Minuten gespielt in der zweiten Halbzeit. Die SG Bütze Güstrow. Knapp 20 Minuten gespielt in der zweiten Halbzeit. Knapp 20 Minuten gespielt in der zweiten Halbzeit. Knapp 20 Minuten gespielt in der zweiten Halbzeit. Komm schon, komm schon! Vielen Dank. Musik Sieben Meter für Bezug ist Ruh. Und Tor durch, Karolin Kröming zum 12 zu 27. Zwei Minuten Strafe gegen Daniel Ertzig. Und auch Katrin Hilger scheitert am 7-Meter-Punkt. Es bleibt beim 12 zu 27. Der zweite, den ich schicken würde, ja? Jawohl! Ja, die Köln! Ja, die Köln! Geh, 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 Geh. Zwei noch die Lachs. Zwei noch die Lachs. Und Tor durch Kathrin Hilger. Zum Zwölf zu 28. Hey, 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 hey! Das kannst du um 14 Tage leben. Gar nicht interessiert. Ja! Aufkommen! Tief! Ach, nein! Zwei noch knapp fünf Minuten zu spielen. Es steht 12 zu 28. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 7 m 7 m 7 m 3-10 m 2-29 m 3-10 m 3-10 m 4-10 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 m 6-10 m 5-10 m 4-10 m Und Tor durch Christin Puhl zum 15 zu 31. Knapp eine Minute noch zu spielen. Und Tor durch Antje Thormann zum 15 zu 32. Auf der Gegenseite Cindy Palme zum 16 zu 32. Zehn Sekunden noch. Und das ist der Schlusspfiff. Damit gewinnt der SV Grünweiß Schwerin 2 gegen die SG Bezugestrom. 16 zu 32 und ist automatisch MV Liga Meister. Die SG Bezugestrom. Die SG Bezugestrom. Die SG Bezugestrom. Applaus 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 Beeil dich! Was geht's denn los jetzt? Weichert Ziegelstütze. Ich wollte das Outfit vollständigen. Jetzt geht's los. Wir brauchen Susi zum Zählen. Zehn, ja? Danke, dass du da warst. Runder Kamerad! Fällt sich nochmal an? Runder Kamerad! Fangen so durch! Pass doch mal an, dass den hier... Runder! Den hält der drunter! Der ist drunter! Eins! 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 Eieiei! So, hat einer mitgezählt? Eins! Das ist aber eins, hab ich gehört! Leute! Eins! Das ist gut! Das ist gut! Das ist gut! Das ist gut! Was willst du denn? Wie bewegen sich gucken? Jonas? Hier, willst du nochmal? Ja! Ja! Ich mag mal, der Kass ist besser mit! Ja! Ja, dann weiß ich nicht mehr! Wir müssen jetzt in den Halbschick! Ja! Hast du die Musik denn mit? 16,32 so das Ergebnis im Spiel zwischen SV Grün-Weiß Schwerin 2 und SG Bützo Güstrow! Erstmal herzlichen Glückwunsch zum Sieg Steffen! Dankeschön, danke! Wie fühlt man sich nach einem Spiel, womit man eigentlich auch gleichzeitig die Meisterschaft gewonnen hat? Es ist jetzt endlich Erleichterung da! Also, ein schönes Gefühl! Wir haben das ganze Jahr darauf hingearbeitet! Zum Anfang relativ schwer gestartet mit der Niederlage gleich gegen Krivitz, wo man dann doch einiges vielleicht in Frage gestellt hat! Aber letzten Endes haben wir konstant über die Saison gut gespielt! Haben uns immer weiterentwickelt! Haben immer neue Spielerinnen auch noch mit dazu bekommen, was uns sicherlich auch geholfen hat! Jetzt ist wirklich nur noch Erleichterung da und es ist ein schönes Gefühl! Du sagst konstant! Es gab so ein oder andere Spiel, wo ich mich daran erinnern kann! Ich denke mal so an Pädagogik! Warnemünde war zwar nicht in der Liga, aber im Pokal! Wie kommt das zustande? Ja, also ich muss mal ganz ehrlich sagen, wir haben sechs Minuspunkte! Davon zwei Spiele mit einem Tor verloren, ein Spiel mit zwei Toren verloren! Ich glaube schon, dass man trotzdem von der Konstanz reden kann! Wir haben 30 zu sechs Punkte gehabt! Also letztes Jahr haben bei zwei Spielen weniger sechs Minuspunkte zum Landesmeister gereicht! Ich glaube schon, dass wir mit allen Gegnern auf Augenhöhe waren und dass wir trotzdem, trotz der Fehler, die wir dann vielleicht auch in den Spielen gemacht haben, konstant gut waren! Also über die Saison hinweg, dass wir uns konstant da gebracht haben! Ja, auf jeden Fall Konstanz! Das halte ich jetzt mal so fest! Du hast ja dieses Team seit drei Jahren! Du bist jetzt Landesmeister! Wie sieht es weiter aus? Wie ist der weitere Werdegang der zweiten Mannschaft? Na, wir werden in der MV-Liga bleiben! Weil die Spieler, glaube ich, mehr mit Spaß dabei sind! Nein, also wir werden in der MV-Liga bleiben! Nächstes Jahr, glaube ich, wird das eine relativ gute MV-Liga werden! Warte mal! Nein! Nein! Kommt nichts so gut! Und mit zwölf Mannschaften, denke ich mal! Also eine hohe Nennstärke! Ich glaube schon, dass es Sinn macht, den Nachwuchs weiter bei uns zu stärken! Erfolgreich aber auch hier bei uns mitzuspielen! Und dann passt das alles! Du hast ja doch so das ein oder andere... Das warten wir jetzt einmal kurz ab! So! Gut! Damit... Können wir weitermachen? Ja! Okay! Du hast ja auch oft mit Jugendkader gespielt, aus der A-Jugend dich verstärkt! Inwieweit wird das auch in der nächsten Saison passieren? Ja, also das... Das kann ich jetzt noch nicht sagen! Es ist jetzt ein halbes Jahr bis zur nächsten Saison! Wo wir jetzt auch weiter daran arbeiten wollen, den Kader... Den Kader erweitern! Ich glaube schon... Red ruhig weiter! Ja! Also... Ich habe angepullert! Schön, dass wir in die... Darf ich dir sagen, dass du tropfst? Das Bier ist schweinekalt! Also... Ja, wir wollen natürlich weiter mit der Jugend spielen! Wobei es aber auch uns gut getan hat, dieses Jahr den Kader, dass wir älter wurden! Dass wir... Dass wir... Mit dem Kader... Erfahrung hatten! Das hat uns schon weitergeholfen! Schön! Dann bedanke ich mich erstmal, Steffen! Ja! Wir sehen uns äh... In der nächsten Saison wieder trocken! Und äh... Ich denke mal... Die Mädels freuen sich auch... In der nächsten Saison, wenn... Wenn wir wieder mit dabei sind! Und wenn es wieder heißt... Sport in Schwerin! Viel Spaß! Beim Zuschauen! So! Ich hab' ein nasses Mikrofon! Aber... Ich hab' ein nasses Mikrofon! Ich hab' ein nass... Geh' nach delivered! Und das ist natürlich nett! Das ist schön!